Ja, im letzten Teil haben wir ja schon viel aus unserer Grafik verbessert. Jetzt müssen wir diese blaue Linie verschwinden lassen. Das geht mit dem Klonen-Werkzeug. Das wähle ich mal aus. Schaut mal, das ist es. Klonen heißt es, man kann auch hier eine Pinselgröße, eine Weichheit eingeben und hier einige Optionen einstellen, zum Beispiel alle Ebenen proben. So, das schalten wir jetzt erstmal ab und auch die Quellposition fixieren ist bei mir nicht angewählt. Vielleicht ist das bei euch angewählt. Schaltet es mal ab und jetzt steht hier als letzte Option Quellmarke anzeigen. Ja, was heißt denn das? Nun, das Klonen-Werkzeug kopiert aus einem Bereich im Bild, zum Beispiel wenn wir diesen Ausschnitt hier nehmen, dann können wir diesen Ausschnitt hier hin kopieren. Dazu müssen wir die Quelle definieren. Das machen wir jetzt mal. Dazu hält man nämlich die Option-Taste fest. Seht ihr, ich kriege jetzt hier so einen schwarzen Kreis und jetzt definiere ich die Quelle. Das ist dieser Bereich. Alles, was hier drin liegt, ist jetzt die Quelle. Und wenn ich jetzt hier so zur Seite gehe, dann seht ihr, dann kann ich mit dieser Quelle, die ich da ausgewählt habe, hier was mit dem Pinsel machen, nämlich malen. So, und wir gehen jetzt hier nochmal auf so eine Weichheit, die wir höher machen. Dann franzt es halt im Randbereich stärker aus. Wir wollen den ja nicht da rein knallen mit voller Suppe. Aber wir erweitern jetzt auch an der Stelle im Grunde genommen das Blatt. Und schaut mal, wenn ich die Maus bewege, bewegt sich auch gleichzeitig dieser Quellkreis. Ich wähle immer hier oben eine neue Quelle mit aus. Das ist ganz sinnvoll, weil wir hier ja auch eine Helligkeitsveränderung im Bild haben. Und die wird halt mit berücksichtigt. Und beim Kopieren fällt das dann nachher nicht so auf. Ihr seht, ich mache hier immer einen Klick. Ihr könnt auch die Maustaste festhalten, um die Linie entlang zu malen. Und wenn die Quelle dann irgendwann nicht mehr die richtige ist, weil ihr sagt, das passt jetzt nicht so gut, dann einfach die Option-Taste festhalten, eine neue Quelle auswählen durch Mausklick und dann von der Stelle aus weiter klonen. Und wir malen jetzt im Grunde genommen auf diese blaue Linie, die wir dort haben, und erweitern das Blatt. Das sieht nach Kopierfehlern aus. Hier kommt jetzt so ein Grenzbereich. Aber im Grunde genommen klappt das. Wir müssen hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und da an der Stelle, um das kümmern wir uns nachher noch. Beziehungsweise da können wir auch hier diesen Bereich mal klonen und malen jetzt hier, ja, jetzt ist der ein bisschen zu nah. Wir können den auch verschieben mit der Maus und malen jetzt hier mal so ein bisschen noch das Beiß in diesen Randbereich rein. Aber das ist so ein kleiner Bereich, den brauchen wir nicht. Aber wie gesagt, so könnt ihr es rausarbeiten. Wir gehen hier oben noch mal hin, weil hier müssen wir die Quelle wieder neu definieren. Wir starten wieder hier an der Stelle. Ja, und wenn die Pinselgröße zu groß ist, dann macht ruhig das Ganze kleiner. Wir können uns hier wirklich in ganz kleinen Bereichen auch rantasten. Je feiner man da arbeitet mit dem Klonwerkzeug, ja, je weniger fallen diese Kopien auf. Also, ihr seht, wie wir das hier so Stück für Stück wegbekommen. Ja, und dann können wir irgendwann auch sagen, ziehen das jetzt hier mit der Maus. Schaut mal, jetzt male ich richtig mit gedrückter Maustaste entlang dieser Linie. Die Quelle bewegt sich immer relativ zu meiner, ja, Position hier weiter. Und schauen wir mal, haben wir hier noch, vielleicht kriegen wir hier noch eine schöne Rundung rein mit dem Mausmalen. Ja, es ist ein bisschen Übungssache. Aber je öfter man das macht, je besser. Wir gucken mal, Command-Minus. Und tatsächlich ist diese hässliche blaue Linie, wir können sie uns ja hier noch mal einschalten, schaut mal, wie wesentlich schöner diese ganze Selektion jetzt geworden ist, weil wir jetzt hier einfach ein paar harte Umrandungen und Grenzen weggenommen haben. Command-Null, schauen wir uns das Ganze noch mal an. Und das hat dann wirklich schon wesentlich besser geklappt. Hier könnte man noch mal angehen und da noch mal so ein bisschen nachzeichnen, weil die Erdbeere hier auch so ein bisschen komisch aussieht. Aber das ist eben jetzt Feinarbeit. Aber es sieht wirklich besser aus als das Ursprüngliche, was ja doch ziemlich harte Kanten hatte. Mit diesen Tricks kriegt ihr das eben dann noch verfeinert. Aber ihr merkt, es ist schon Arbeit.